Wann geht Ihr Zug? Fünf nach sechs. Sie müssen mich ja nicht fahren. Ich muss mir dann wieder wochenlang Ihre Vorwürfe anhören. Ihre Schwester wird sich freuen, weil sie wohl gerade treibt. Die sitzt am Strand, guckt aufs Meer und raucht. Vielleicht komme ich einfach mit. Jetzt starren Sie mich halt nicht so an, sonst packe ich wieder aus. Ach, ähm. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020